Heute möchte ich euch das Programm Systemische Organisationsentwicklung und Change Kompakt vorstellen. Dieses Programm ist eine Weiterbildung für Quereinsteiger, das heißt für Menschen, die an anderen Instituten bereits ihren ersten systemischen Schritt absolviert haben und die dann gerne am ISB in der ISB Lernkultur vertiefen möchten. Wenn ihr also diesen Hintergrund mitbringt und euch vertiefend mit den Themen Organisationsentwicklung, Führungskultur, Verantwortungskultur und Transformation auseinandersetzen möchtet, dann seid ihr möglicherweise genau in diesem Curriculum richtig. Wir haben speziell für diese Zielgruppe ein Programm entwickelt, inhaltlich aber auch didaktisch, die diese Hintergründe mit einbezieht. Das heißt, wir holen einen sicher sehr erfahrenen, in der Organisationswelt erfahrenen, auch in der systemischen Welt erfahrenen Kreis zusammen und holen auch diese Prägungen, diese Vorkenntnisse mit in den Lernraum. Es ist also ein Programm und das ist das Besondere für Menschen, die Vorkenntnisse in der systemischen Welt mitbringen und diese Hintergründe, diese Prägungen dürfen hier auch Teil dieses Lernraums sein. Das heißt, jenseits unserer Konzepte und Modelle und unserer Didaktiken, die wir mit einbringen, lernen die Teilnehmenden auch ganz, lernt ihr ganz viel voneinander miteinander in diesem Vertiefungsgerücklung OE und Change Compact. Das weitere Besondere ist sicherlich das, was wir heute als ISB mehr als Weiterbildung euch anbieten. Das heißt, ein großer Fundus an Zugängen zu einerseits dem Netzwerk, also einer großen Community von über 5000 Teilnehmenden, die ganz aktiv miteinander jeden Tag sich austauschen und arbeiten. Der andere Teil ist der Zugriff auf den ISB Campus mit Zugang zu vielen unserer Materialien und Didaktiken und es gibt jedes Jahr über das ganze Jahr verteilt auch Community- und Teilnehmer-Alumni-Events, zu denen wir einladen, die speziell gerichtet sind an unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Netzwerk. Ja, wenn euch dieses Programm interessiert, meldet euch sehr gerne bei uns, nehmt Kontakt mit uns auf, schaut auf die Website, dort gibt es ganz viele Informationen oder sprecht uns persönlich an. Uns ist es immer wichtig, auch persönlich den Kontakt herzustellen. Wir stehen gerne für Beratungen und weitere Informationen zur Verfügung und freuen uns, wenn wir mit euch in Kontakt kommen.